Indem wir davon ausgehen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und sich über Freunde freut, wenn er 300 Freunde durchschnittlich hat, dann zeigt das, er ist wohl bei Facebook aktiv. Das ist nämlich der Durchschnittswert. 300 Freunde. Und die Statistiker wissen noch mehr, 80% aller Eltern, die bei Facebook sind, sind mit ihren Kindern befreundet. Das ist toll für die 80%, aber was ist mit den restlichen 20? Was ist da in der Familie los? Ganz offensichtlich hat Facebook seine Mission noch nicht letztendlich erfüllen können, nämlich die Welt zu einer Besseren zu machen, aber man arbeitet dran. Und es ist schon viel passiert, wollen wir ehrlich sein, in den zurückliegenden 15 Jahren. Denn so alt wird Facebook heute. Gegründet am 4. Februar 2004. Wir erinnern an die Anfänge im Kalenderblatt. Der erste Versuch geht gründlich schief. Nach ein paar Tagen ist die Seite Facemash wieder abgeschaltet. Zu sehen waren darauf Fotos von Studenten der Harvard University. Einige der Leute haben ziemlich grauenhafte Bilder. Ich möchte beinahe Fotos von ein paar Farmtieren neben diese Bilder setzen und die Leute bewerten lassen, wer attraktiver ist. Mark Zuckerberg erlebt seinen ersten Shitstorm. Die Fotos stammen aus einem gehackten Unirechner, sind ohne Einwilligung veröffentlicht und dass er seine Kommilitonen nach Aussehen bewerten lässt, missfällt vielen. Aber nicht allen. Mark Zuckerbergs Erkenntnis? Menschen sind viel voyeuristischer, als ich gedacht hätte. Gut drei Monate später ein erneuter Anlauf. Diesmal legal und mit einem anderen Ansatz. Es ist lustig. Als ich mit meinem befreundeten Zimmergenossen anfing, haben wir gedacht, dass es toll wäre, mit Freunden und der Familie in Verbindung bleiben zu können. Aber wir hatten keine Ahnung, dass wir dazu beitragen, dass sich das Internet in diese Richtung entwickeln würde. Wie auch. Denn The Facebook startet als Netz nur für Studenten. Erst in Harvard, dann kommen andere amerikanische und englische Elite-Universitäten dazu. Anfang 2006 berichtet ARD-Korrespondent Tobias Armbrüster über das mittlerweile in Facebook umbenannte Uni-Netzwerk. Jede Universität hat ihr eigenes Facebook-Netzwerk, in das Außenstehende nicht hereinkommen. Mit Facebook deutet sich deshalb eine Art Klassengesellschaft im Internet an. Wer in Oxford studiert, der kann sich damit einen Freundeskreis aufbauen, der auch nach dem Studium nützlich ist. Mark Zuckerberg will aber mehr als nur ein virtuelles schwarzes Brett für Studenten sein. Im Oktober 2006 öffnet sich Facebook für alle. Neue Funktionen kommen hinzu. Ein Chat, der Like-Button 2009. Firmen und Fans, Künstler und Kreative, dürfen eigene Webseiten erstellen und für sich werben. Die Zahl der Nutzer wächst explosionsartig. Von einer Million Ende 2004 auf zwölf Millionen 2006. Heute sind es 2,3 Milliarden. 81 Millionen davon sind Fake-Accounts. Das Ziel ist es, die Welt noch offener und vernetzter zu machen. Denn wir glauben, dass es allen besser geht, wenn du erfährst, was deine Freunde tun. So kannst du Neues kennenlernen, zum Beispiel Restaurants entdecken, Laufstrecken finden, all diese Dinge. Deine Welt wird dadurch bereichert. Und es wird noch weitergehen. Ein Satz, der heute manchem eher als Bedrohung, denn Verheißung klingt. Denn wie schon bei FaceMesh, Privatheit, Datenschutz, handhabt Zuckerberg eher lasch. Sie passen weder in sein Geschäftsmodell, das auf passgenaue Werbung setzt, noch in sein Weltbild. Wir glauben, dass die Leute mit der Zeit mehr Informationen von sich preisgeben wollen. Das ist ein Trend, den wir weltweit beobachten. Doch alle Kritik- und Datenskandale sind bisher folgenlos geblieben. Facebook wächst und wächst. Und wer dem blauen F den Rücken kehrt, wechselt oft nur zu einer anderen Firma des Facebook-Imperiums, Instagram oder WhatsApp. Der Mensch als soziales Wesen sucht nach Zustimmung und Freunden. Und seien es auch nur virtuelle. They are all friends. Ja, wir sind alle Freunde. Ich liebe euch doch alle. Vor 15 Jahren wurde Facebook geboren und einer der ganz frühen Investoren, Peter Thiel, der hat damals 2004 500.000 US-Dollar investiert. Bei Facebook 2012 hat er dann Facebook-Anteile im Wert von über einer Milliarde US-Dollar wieder verkauft. über 20 Jahren wieder zurückervat voltar.